Die hier zum Verkauf angebotene modernisierte ca. 212 Quadratmeter große Bürofläche befindet sich in Köln-Lindenthal. Das verkehrstechnisch gut angebunden Objekt ist ab dem 1. August 2015 verfügbar. Das Haus wurde 1980 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Ölzentralheizung. Das Büro verfügt über einen Keller, einen Personenaufzug sowie Parkettboden. Zur Ausstattung gehört außerdem eine eingebaute Küche. Der Kaufpreis des Objekts beträgt 460.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017